Oh oh... Hää! NEIN! Uah! Ui 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 uo oo! Airline!? Aaah! NEIN! Ups. Ja, genau. Oh Gott. Eddie, jetzt bleibt doch mal bitte stehen. Ich hasse so Versteckspielen spielen, ne? Achso, ich kann es hier auch abwerfen. Ist das gut, wenn ich das tue? Ach, Ellie. Oh, shit. Nein. Oh, nein. Feiglingen. Wir müssen hier schon genderisieren. Endlich. Okay, eigentlich nicht endlich, aber endlich geht's weiter. Oh, bitte, Ellie überlebt es. Bitte, überlebt es einfach. Oh, shit. Oh, shit. Oh, hat es jetzt einen Bogen? Oder bilde ich mir das bloß an? Das kann doch nicht wahr sein. Was? Was? Oh, oi. Biel, naja, ist er da jetzt langsam? Der wird sehr wahnsinnig. Ops. Hallo. Äh. Ja. So war. Oh, nein. Oh, scheiße. Boah. Holy shit. Boah. Hat er in die Mini platziert? Boah. Ich will jetzt, dass es mal weitergeht. Ich hasse sowas. Das Spielen. Ich bin da so ungeduldig. Oh, nein. Ah. Oh. Ja. Komm, ganz ehrlich, Alter. Was bringen mir diese blöden Flaschen denn eigentlich? Ja, 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 ja. Oh, nein. Bitte nicht töten. Boah. Oh, Gott. Ah, nein. Stopp. Ich hatte nichts damit zu holen. Sie ist schwager. Gut. Abby. Baby! Komme ich nie wieder unter die Augen. Komm. Alter. Boah. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh. Ich will wissen, was mit Dina ist. Oh. Oh. Hey, Kumpel. Was ist los? Alles gut. Ja. Ist okay. Alles gut. Okay, ich hoffe jetzt mal, nachdem das Baby da ist, dass es erstens das Baby... Oh ja. Dina und das Baby. Da muss sie doch noch leben, oder? Ich meine... Ist ja irgendwie logisch. Hey, du magst diese Typen, was? Die haben witzige Frisuren. Wer ist der süße Junge? Hm? Oh, ist ja schön. Oh, ist ja schön. Und ich glaube, da höre ich Dina Summen. Das wirkt ja fast ein bisschen wie ein Traum, oder? Das kann doch bloß ein Traum sein. Oh, du möchtest tanzen, hm? Sehr schön. Oh, verdammt ja! Ich liebe diesen Song. Deine Mom ist leicht zu begeistern. Man sieht's an dir. Ich bin sehr anspruchslos. Okay. Oh, seht ihr diese Moves an? Oh, diese Moves? Ja. Guck dir Mami an. Oh, wow. Das macht mich irgendwie an. Du bist schräg. Ja, ich weiß. Okay. Okay, du lenkst mich an. Ich weiß. Okay, okay. Geh. Okay. Oh, hey. Ich glaube, Olli ist noch draußen. Holst du ihn bitte rein? Ja, klar. Olli. Willst du Luft schnappen? Ach du Scheiße, schaut das geil aus. Boah. Es kann doch nur ein Traum sein. Hey, Olli. Was machst du hier draußen? Ach so, das ist Olli, okay. Schön festhalten. Ach. Ja, na also. Wunderschön, oder? Hey, weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie meine Gitarre spielt. Wenn deine Hände größer sind. Und du dir nicht mehr dauernd in die Hose scheißt. Ist schon okay. Das machen alle. Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Ach, viel älter. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Ja. Okay, kleiner Mann. Gehen wir mal zum Mami. Okay. Ich werde jetzt die Wäsche aufhängen. Okay. Schaffst du's? Ja. Ich schaff das. Meinst du, er braucht seine Jacke? Nein. Ihm geht's gut. Oh, guck das. Ach, schön. Willst du es streicheln? Hier. Okay, also dann. Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. Genau so. Gut gemacht. Yeah. Hey. Hey. Ich kann ihn nehmen. Bringst du die Schafe in die Scheune? Nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja? Ja. Ruhe dich mal aus. Okay, hier. Na also. Komm her. Kraschel dich rein. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Pss, ich bin der Superschäfer. Okay, und wie treib ich die jetzt ran? Ich bin der Schafe. Euer Essen wartet in der Scheune, also. Komm mit. Chloe. Scheunenzeit. Daisy. Rein da. Ja, das geht einfach. Wow. Das sind viele Schafe. Das stimmt. Und? Was meinst du, wie viele das sind? Zählen wir. Eins. Zwei. Ich hör lieber auf. Ich werd ganz müde. Oder sind die alle draußen? Rein. Hey, hey. Rein. Rein. Pod. Nah, Bewegung. Ach. Wir haben viel zu viele Schafe. Hey, wollen wir ein paar davon essen? Was meinst du? Leckere Snack? Boah. Okay, Schafe. Wir sehen uns morgen. Hey. Wo kommst du her? Hallo, kleiner Freund. Boah. Ach du Scheiße. Doch im Traum. Komm, kleines. Du hast ja keine Ahnung. Ah! Nein! Nein, nein, nein. Nein! Nein! Oh Gott! Bitte nicht! Hey. Seh nicht an. Alles gut. Du bist zuhause. Du bist zuhause. Atmen, atmen. Ich kann nicht. Okay. Ich nehm ihn, okay? Na komm. Komm mir her. Komm schon raus. Ist okay. Ich weiß nicht was. Ich hab nur die. Ist doch okay. Na alles. Ich weiß nicht was. Ich hab nur die. Oh Mann. Oh Mann. Alles gut. Wir hatten schon lange keine Aufregung mehr. Hm? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das ist ein Flashback oder was? Es scheint. Ein Pferd. Tommi? Oh, du hast ja einen ganz schönen Griff. Dachte er ist tot? Tommi? Da bist du ja. Hier, ich nehm ihn. Komm her, großer. Und zurück zur Mama. Ja. Oh, es geht schon, es geht schon. Hey. Hey. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Er wird immer schwerer. Geis. Er besteht aus lauter Muskeln. Bei euch alles gut? Wie geht's, Maria? Oh, ihr geht's gut. Wir, ähm... Wir nehmen eine Auszeit. Ach, das tut mir leid. Nein. Wir haben lange drüber geredet und, äh... Wir wollten es beide so. Okay. Setz dich. Ich will dir etwas zeigen. Also, ich hab monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir. Und erzählt mir von einer Frau, mit der er gehandelt hat, auf seinem Weg durch Kalifornien. Er sagt, sie war stark wie ein Ochse. Und sie hatte einen Jungen bei sich mit vernarbtem Gesicht. Und dass sie an dieser Küste leben, auf einem Segelboot. Genau hier. Das muss sie sein. Das ist abgehakt, also. Okay. Tut mir leid. Tja. Ich kann nicht gehen. Ich weiß. Okay. Es ist wohl leicht, sie zu vergessen. Wenn man es sich hier draußen bequem macht. Ich lass sie bösen. Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Wie erbärmlich. Hey. Kannst du ihn bitte nehmen? Ja. Ja. Alles gut. Alles gut. Hey. Was zum Teufel war das? Nichts. Scheiße, Tommy. Du weißt, was wir durchgemacht haben. Spar dir das. Sie hat mir ihr Wort gegeben. Das ist mir scheißegal. Das merkt man, Tina. Das ist ein gottverdammtes Problem. Hör mir beim Zutaten. Ich bin ganz gespannt. Um, 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 um. Okay, ich mach jetzt mal eine Aufnahmepause. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir, wie es weitergeht. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist Tommys Reaktion, weil ich meine, es sind halt so viele Menschen gestorben. So viel Blut ist geflossen die ganze Zeit. Und es haben sich beide in ausreichender Art und Weise gerechnet, in meinen Augen. Das klingt jetzt so, als würde ich das alles toll heißen oder befürworten, was sie bisher gemacht haben. Ich meine jetzt bloß, jetzt ist es halt mal wieder gut. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Naja, anscheinend ist es noch nicht vorbei. Beim nächsten Mal werden wir rausfinden, wie es weitergeht bei The Last of Us 2. Habt einen schönen Tag und bis dann. Ciao.